Schön, dass du hergefunden hast. Herzlich willkommen hier in unserem Mitgliederbereich IOM Insight. Ich möchte dir nur ganz kurz sagen, wann du hier richtig bist und dir erklären, worum es hier überhaupt geht in dem Mitgliederbereich IOM Insight und wie er dir persönlich weiterhelfen kann auf deinem Weg. Wenn du dauerhaft gesund, fit, vital und vor allem glücklich leben möchtest, dann bist du hier richtig gelandet. Vielleicht kennst du das, du hast selber irgendwelche Schmerzen gehabt, du hast eine Krankheit, du hast Hautprobleme. Das heißt, du hast vielleicht auch schon was an der Ernährung umgestellt und hast eben schon erkannt, was für Vorteile das mit sich zieht, von der Psyche her, von den Ängsten, wie die immer mehr gehen. Aber du hast vielleicht noch ein paar Zweifel. Du hast ein paar Bedenken, an manchen Punkten verstehst du gewisse Dinge noch nicht so genau, es sind einfach ein paar Unklarheiten da. Und dementsprechend auch ein paar Fragen, die du immer wieder hast. Und genau dafür ist der Mitgliederbereich hier da, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, du deine Fragen beantwortet bekommst. Ganz klar, einfach, logisch und vor allem erfahrbar. Ich möchte es dir wirklich nahe bringen, dass du es erfahren kannst auf Dauer. Gerade um diese dauerhafte Umsetzung in Gang zu bringen, gibt es hier eben verschiedene Angebote, die dir dabei weiterhelfen, die dich dabei unterstützen auf deinem Weg, dir den Rückhalt geben. Und dafür gibt es hier um Inside. Wie dir da genau weitergeholfen wird, was da für dich drinnen ist, Das möchte ich dir jetzt mal ganz kurz der Reihe nach erklären. Und zwar gibt es fünf Punkte, fünf wichtige Punkte, die du hier mitbekommst, wodurch du unterstützt wirst auf deinem Weg. Und zwar beginnend mit den Gruppencoachings. Die Gruppencoachings, jeden Monat gibt es ein Thema für dich, explizit Themen wie Heißhunger, Attacken, Fasten, Ernährungsumstellung, Verarbeitung von Emotionen, schleimfreie Heilkost. Zunächst gibt es immer im Livestream einen kleinen Vortrag, einen kleinen Input von mir zum Thema. Und danach ist der Raum offen für Fragen von dir zum Thema zunächst. Und die letzte halbe Stunde vom Livestream ist auch immer noch für offene Fragen da. Wenn noch andere dringliche Fragen im Raum stehen, dann können die da geklärt werden. Der Livestream wird maximal zwei Stunden dauern. Und die Aufzeichnung kannst du dir natürlich danach direkt anschauen. Steht dir auch im Mitgliederbereich dann zur Verfügung. Und wenn du auch mal zu einem Termin keine Zeit hast, ist es also kein Problem. Als nächstes gibt es Antwortvideos direkt für dich, jeden Monat drei Stück. Im Mitgliederbereich kannst du direkt kommentieren unter dem jeweiligen Monat. Und die drei wichtigsten Fragen werde ich euch dann direkt per Video beantworten. Die Videos von dem jeweiligen Monat stehen dir dann natürlich auch immer dauerhaft zur Verfügung. Also unglaublich wichtig und hilfreich für dich, gerade wenn zwischendrin einfach ein paar Fragen, wie gesagt Unklarheiten, Bedenken da sind, kannst du da die Fragen direkt loswerden und in einem extra Antwortvideo zu deiner Frage bekommst du dann die Infos. Als nächstes gibt es für dich extra Deep Content Videos und weitere unveröffentlichte Videos, die ich mal auf YouTube hatte, leider wieder runtergenommen habe. Aber kein Problem, du kannst sie dir eben im Mitgliederbereich direkt anschauen und bei den Videos von den Deep Content Videos oder Real Talk Videos, je nachdem wie du sie nennen magst, es geht einfach darum, dass da wirklich tiefere, greifende Inhalte drin sind. Da ist auch ein bisschen Vorwissen teilweise gefragt, dir sollten die grundlegenden Prozesse von der Entgiftung klar sein und was da abläuft im Körper. Es sind auch Themen, die in der breiten Masse noch nicht ganz so angekommen sind und dort im Mitgliederbereich muss ich kein Blatt vor den Mund nehmen und kann da ganz offen und frei rausreden und besonders in den Videos rede ich da komplett offen, frei raus zu Themen wie Parasiten, Impfungen und auch zu persönlichen Themen, was sich bei mir verändert hat. Alles, was die Reinigung des Körpers auch anbelangt, tiefgehende Heilkrisen, Entgiftungsprozesse, wie du damit umgehen kannst und vieles mehr. Der nächste Punkt ist die Facebook-Community, die EUM-Insight-Community-Gruppe. Die steht dir nochmal extra zur Verfügung, wo wir uns verbinden können, austauschen können. Du kannst da auch nochmal Fragen stellen und hast da die Unterstützung und den Rückhalt von der kompletten Gruppe. Es ist unglaublich schön zu beobachten, was da teilweise entsteht. Es waren schon Leute dabei bei den Treffen, die haben sich dann auch persönlich über 600 Kilometer Entfernung getroffen, in der Mitte dann. Jeder ist 300 Kilometer gefahren und es sind da wirklich Freundschaften entstanden. Es ist Austausch entstanden und es hilft unglaublich weiterzumerken, hier ist man kein Alien. Es gibt so viele, die genauso denken, die da weiter und tiefer einsteigen möchten und wirkliches Glück suchen. Und dann gibt es noch oben drauf den Detox-Guide. Und im Detox-Guide erkläre ich dir wirklich ausführlich und genau die wirklichen Hintergründe der Entgiftung, was für Symptome auftreten können, von leicht, moderat bis starke Symptome, was der Reinigungsprozess wirklich mit sich zieht, wie lange er dauert und vieles mehr. Also das ist auch noch mit drinnen. Du siehst, es sind unglaublich, ein großes Paket, unglaublich viele Möglichkeiten, die dir da geboten sind, um Unterstützung, um Hilfe zu bekommen, um bei Fragen, bei Ängsten, bei Zweifeln richtig handeln zu können, die Klarheit zu bekommen, Antworten zu bekommen auf deine Fragen. Und dadurch kannst du wirklich dauerhaft zu einem gesunden, glücklichen und vitalen Leben kommen. Darum geht es mir, dass du wirklich komplett auf deinem Weg begleitet wirst, unterstützt wirst und wir uns da gegenseitig motivieren. Und dann freue ich mich drauf, du kannst einfach hier neben dem Videoplayer direkt für ein Euro kannst du ohne Risiko den ersten Monat testen. Gefällt es dir? Gefällt es dir nicht? Hilft dir das weiter? Bringt dich das wirklich weiter? Für ein Euro kannst du das jetzt testen im ersten Monat und einfach schauen, hey, bringt dich das weiter? Kriegst du Antworten auf deine Fragen? Hilft dir die Unterstützung weiter? Und kannst du, wie gesagt, ganz einfach ohne Risiko reinschnuppern und dich überzeugen lassen von den Vorteilen, eine Gemeinschaft, von der Unterstützung. Das liegt mir am Herzen. Dafür habe ich den Mitgliederbereich hier geschaffen und da freue ich mich riesig drauf. Also, hier direkt, also, hier direkt, neben dem Videoplayer, eintragen für ein Euro, testen ohne Risiko und ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf, dich wieder im EUM Insight zu begrüßen. Und ich freue mich drauf, dich wieder im Mitgliederbereich zu begrüßen. Und ich freue mich drauf, dich im Mitgliederbereich zu begrüßen, zu unterstützen, zu motivieren und auf deinem Weg zu begleiten. Auf deinem Weg zu mehr Gesundheit, zu Vitalität und zur Lebensfreude. Mach's gut, bis gleich!